Sarah Engels und Pietro Lombardi haben sich bei DSDS ineinander verschossen. Wir haben die gleichen Interessen, wir sind beide Musiker, wir lieben die Musik. Unsere Liebe ist eigentlich einzigartig. Also die komplette Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und alles. Ab dem Moment, wo wir ins Haus eingezogen sind, da haben wir uns eigentlich schon viel gewöhnt. Alessio! Wir sind so aufgeregt und wir können einfach jetzt in den nächsten Stunden eine Familie werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020